Stille ist das, was uns gesund, entspannt und konzentriert hält. Doch urbanes Wachstum, Fortschritt und Innovationen verursachen manchmal das. Wir bei Bauermaschinen legen hohen Fokus auf die Entwicklung verschiedener Methoden zur Lärmreduzierung. Für uns ist es wichtig, unsere Geräte immer weiter zu verbessern, damit das Arbeiten angenehmer wird. Für die Mitarbeiter vor Ort, aber auch, um es den Anwohnern in der Nähe unserer Baustellen so angenehm wie möglich zu machen. Ein wichtiger Baustein bei der Lärmreduzierung sind elektronisch gesteuerte Kühleantriebe mit der bedarfsgerechten Regelung. Ideal umgesetzt im EEP-Betrieb, der Energy Efficient Power. Automatische Schallschutzklappen an den Geräten und das optionale Schallschutzkit bei den Seilbaggern reduzieren den Lärmpegel zusätzlich. Schallreduzierte Antriebsgeräte wie der Silent Vibro oder Werkzeuge wie die Silent Kelly sind ebenfalls optimiert für leistungsstarke Anwendungen bei lärmarmen Betrieb. Mit diesen Maßnahmen konnten wir die Schallemissionen unserer Geräteflotte innerhalb der letzten zehn Jahre um vier Dezibel verringern. Oder anders gesagt, die gefühlte Lärmbelastung nicht nur für das Baustellenpersonal, sondern auch für die Anwohner hat sich damit halbiert. Unser Ziel für die Zukunft bleibt es, mit unseren Entwicklungen das leiseste Bohrgerät auf dem Markt herzustellen. Bauermaschinen trägt zu mehr Lebensqualität in Städten bei. Jeden Tag. Für eine nachhaltige Zukunft, für unser Wohlbefinden. esi-Geräte